Darf ich mal kurz sagen, dass ich jemanden entdeckt habe? Und zwar hinten an der Bar. Jemand, der eigentlich gar nicht hier sein dürfte, der Kiezverbot hat. Das ist nämlich Harry Schulz. Hier hinten sitzt Harry Schulz mit seinen strahlenden blauen Augen. Hallo Harry, es ist so schön, dass du da bist. TV-Imbisstester und Besitzer vom Lütten Grill in der Max-Brauer-Allee. Was hast du heute gegessen? Heute? Ich habe vorhin Schweinebraten drüben gegessen, auf dem Weihnachtsmarkt hier. Und das letzte Hähnchen? Das letzte Hähnchen ist sehr lange her, weil ich habe meinen Laden seit 20 Jahren. Ich kann nur meine eigenen Hähnchen essen und das mache ich so alle vier, fünf Monate mal. Okay, alles klar, pass auf. Ich wollte dir mal was zeigen. Komm mal mit. Wir gehen mal raus. Und zwar zeige ich dir mal hier draußen was. Also, Christian kommt mit, Harry ist hier. Es strömt, es strömt Regen ohne Ende für die, die jetzt drin sitzen. Harry, ich wollte dir sagen, guck dich mal um. Das alles hätte dir gehören können. Was ist das für ein Gefühl? Also, ich bin auf St. Pauli geboren und habe meine ersten 18 Jahre hier auf St. Pauli verbracht. Eine sehr schöne Jugend gehabt. Bin dann nachher verschwunden. Und ich weiß natürlich, das würde nie mir gehören, wenn ich hier geblieben wäre. Das weiß man ja nicht genau. Also, ich glaube, du hättest eine mega Kiezgröße ausgemacht. Du warst ja auch eine Kiezgröße. Aber irgendwann kam der Punkt, und der ist ganz spannend, an dem du St. Pauli verlassen musstest. Magst du uns das mal erzählen? Ja, da muss ich aber einen kleinen Tick weiter ausholen. Also, ich habe mit zwölf schon meine erste eigene Wohnung gehabt und musste Geld verdienen damals. Ich habe angefangen am Hans-Albers-Platz. Da gab es damals Tapetenlachmann. Da habe ich für 1,50 Meter die Stunde Tapetenrollen sortiert. Dann gab es hier drüben das Café Menke und das Café Lausen. Da habe ich den Hinterhof gefegt. Da gab es auch 1,50 Meter die Stunde. Und so habe ich mir ein bisschen Geld verdient. Und vorne an der Ecke gab es damals Kristallwilms. Das war meine erste Geschäftsidee, die ich auf St. Pauli hatte. Zu dem bin ich hingegangen, weil die ganzen Gastronomen auf ganz St. Pauli haben dort immer ihr Porzellan abgeholt. Und ich hatte ihm halt vorgeschlagen, und er musste mich auch ernst nehmen. Ich war damals zwölf Jahre alt, als ich mit ihm gesprochen habe. Dass ich eine Geschäftsidee hätte. Er müsste eine zweite Preisliste machen. Und ich würde dann die Gastronomen beliefern. Das heißt, sie müssten nicht mehr bei ihm das abholen. Die Preisliste ein bisschen teurer, und davon könnte er mich bezahlen. Das hat wunderbar funktioniert. Dadurch habe ich auch Geld gespart. Weil ich immer, wenn ich zu ihm gekommen bin, habe ich erstmal geguckt, welche Restaurants müssen beliefert werden. Wenn mir nach Italienisch war, bin ich immer als erstes ins Corneo gegangen. Wenn ich auf griechisch Appetit hatte, habe ich dann hier in der Davidsstraße den Griechen als erstes besucht. So habe ich also mein erstes Geld verdient. Mit zwölf, ne? Das musstest du auch. Ja, also meine Brüder haben die Wohnung, die Miete bezahlt. Aber ich musste mich halt selber dafür sorgen, dass ich was zu essen habe. Genau, weil die Mama schon tot war und Vater nicht so ganz fit, ne? Also meine Mutter ist gestorben, als ich elf war. Bis dahin war ich das behütetste Kind auf ganz St. Pauli. Also die hat immer tierisch aufgepasst. Aber als sie gestorben war, musste ich halt selbstständig werden, weil mein Vater mehr dem Alkohol zuge... Also der war halt total Alkoholiker. Und hier auch eine Größe auf dem Kiezen war ein Koberer damals und Hans Dampf in allen Gassen. Ein toller Mensch. Aber leider, da der in Russland sechs Jahre in Gefangenschaft war nach dem Krieg, da wurde der einfach gebrochen und hat einfach das Leben nicht mehr in den Griff gekriegt. Also ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht, aber er konnte uns halt nach dem Tod meiner Mutter nicht großziehen. Das haben dann meine beiden Brüder übernommen, indem sie die Miete meiner Wohnung bezahlt haben und die auch heute für mich noch sind. Also mein mittlerer Bruder ist wie meine Mutter heute noch und mein großer Bruder ist wie mein Vater. Aber du hattest auch weitere Beschützer auf dem Kiez, ne? Es gab auch sogenannte Paten. Also du bist hier einiges rumgekommen. Damals gab es drei Paten auf dem Kiez und für einen, das war Heinz Domis, der hatte hier richtig was zu sagen auf dem Kiez. Eine Größe, der ist immer mit dem Pelzmantel hier rumgelaufen, war so ein normannischer Kleiderschrank. Wenn der was gesagt hat, haben alle gespurt. Meine beiden Brüder haben für ihn gearbeitet. Heinz hatte ein paar Bars hier auf St. Pauli, also vorne Bar und hinten illegale Casinos. Und meine Brüder haben an der Bar gearbeitet. Und so habe ich Heinz kennengelernt und das war für uns alle drei, von uns drei Brüder, war das ein väterlicher Freund. Der hat halt praktisch auf uns aufgepasst. Und das war das Schöne, ich konnte mich auf St. Pauli bewegen. Und wenn es nach Ärger roch, hat immer einer von hinten geschrien, das ist der Junge von Heinz. Und dann war Ruhe und dann konnte ich machen, was ich will. Da habe ich auch mein Selbstbewusstsein und meine große Klappe hier bekommen. Du hattest nichts zu befürchten. Ich hatte auf St. Pauli überhaupt nichts zu befürchten. Und dadurch, dass ich ja für Wilms dieses Porzellan ausgeliefert habe, das ging ja nicht nur in Restaurants, das ging auch in alle Diskotheken, in alle Puffs. Also das heißt, es gab keinen Laden... Durftest du denn schon als kleiner Steppke im Puff? Damals hat man noch nicht von Kinderarbeit gesprochen. Die 70er Jahre auf St. Pauli waren anders als heute, also ganz anders. Und da, ich will mal so sagen, wenn wir in die Amisierbars, wenn ich da reingegangen bin, da waren ja immer diese schweren Vorhänge vor. Da liefen ja noch Super-8-Pornofilme aus Dänemark ohne Ton. Das war eine ganz fantastische Zeit, also für mich jedenfalls. Damals war ich ja noch in dem Alter, wo es mich sehr, sehr interessiert hat. Das ging ja gerade los. Und dann habe ich am Vorhang gewartet. Und wenn kein Nagi da auf der Bühne war, dann hat der Kurware gesagt, so kann es reingehen. Dann habe ich erst mal meine Cola am Tresen gekriegt. Und alle waren immer sehr, sehr nett zu mir. Das glaube ich. Aber irgendwann wurdest auch du volljährig, ne? Was war dann? Es gab dann noch einen Sprung, als ich so 15 wurde, haben meine Brüder gesagt... 15 war bei dir volljährig? Nein, aber da haben meine Brüder gesagt, dass ich mich nicht mehr in Bordellen rumtreiben darf, weil es kam nur die Pubertät. Ich habe dazwischen, ich habe dann nachher auch bei Kristallwilms aufgehört, das muss ich noch ganz kurz erzählen, und hatte dann eine zweite Geschäftsidee. Ich bin zu einer Prostituierten gegangen, die mich am Anfang natürlich nicht für voll genommen hat. Die hat gesagt, kleiner, geh spielen. Und dann habe ich sie einmal geschüttelt und habe gesagt, hier, wenn ich eine Frage habe, dann musst du mich auch ernst nehmen, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, was willst du? Und dann habe ich gesagt, also was mich interessiert hat, war einfach, wenn die arbeiten, waren die Geschäfte auf. Wenn die Feierabend hatten, waren alle Geschäfte zu. Mich hat einfach interessiert, wie kommen die an Lebensmittel ran? Und das war halt meine Idee, dass ich gesagt habe, ich gehe für euch einkaufen, oder für dich, ich hatte ja nur eine angesprochen am Anfang, und das fand die ganz knuffelig, die hat mir also Geld gegeben. Ich habe gleich von Anfang an gesagt, weder Aldi noch Edeka, ich gehe nur zur Feinkostglö in der DLF Bremer Straße. Da war ich schon vorher und habe mit dem gesprochen und gesagt, hier, Junge, was ist denn, werde ich hier ein bisschen mehr Ware abnehmen, wie ist das denn mit Prozenten und so? Also da hatten wir schon ein Gespräch vorher gehabt. Um es kurz zu machen, ich hatte nachher 13 Frauen, für die ich eingekauft habe, sieben Haustürschlüssel, da habe ich die Ware nach Hause gebracht. Ganz kurz, 13 Frauen, für die du gelaufen bist, ne? Ja, die haben nicht für mich gearbeitet, also nein, ich habe für die ein Lebensmittel eingekauft. Bin dann nach Hause gegangen, wo ich die Schlüssel hatte, der Wohnung, habe schon den Tisch gedeckt, weißt du, so mit Glas umdrehen und Messer und Gabel links und rechts. Und habe damals, als ich so 12,5 war, habe ich im Monat 2000 DM ungefähr verdient. Wow, das ist nicht schlecht. Applaus von innen und wir stehen hier im Regen, aber nicht im Finanziellen. Du, aber Harry, irgendwann wurdest du ja 18, ne? Also volljährig, also 18, 18. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Als ich 15 wurde, haben meine Brüder gesagt, jetzt ist Schluss mit den Einkaufen der Prostituierten, das war denen wirklich unheimlich. Und dann habe ich was anderes gemacht, dann bin ich Disc Jockey geworden auf St. Pauli, war mit 15 Europas jüngster Disc Jockey, habe dem Chef erst erzählt, als ich 16 wurde, dass ich erst 16 bin, hat er eine Sondergenehmigung vom Jugendamt gekriegt, dass ich bis 22 Uhr Musik auflegen durfte. Damals war das in Blue Up, das ist heute Große Freiheit 36. Und hier das Hollywood, das ist heute Docs. Und da habe ich vor 1000 Leuten immer jeden Abend schön bis 22 Uhr Musik gemacht. Das habe ich eine ganze Zeit gemacht und habe da auch Geld verdient. Und dann wurde ich irgendwann 18. Aha, volljährig. Dann wurde ich volljährig. Und ich muss dazu noch einleitend sagen, dass ich den Kontakt zu den ganzen Zuhältern, der ist immer aufrecht geblieben. Das heißt, sie haben mich in den Diskotheken besucht, da sind Freundschaften entstanden und ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ich habe dann mit 18 ein Geschenk bekommen. Das wolltest du hören, ne? Ja. Und zwar haben die Jungs mir zum 18-Jährigen eine Prostituierte geschenkt. Mit Schleife. Ich dachte, ich soll jetzt eine Nacht wegarbeiten. Das fand ich eigentlich ein tolles Geschenk. Aber die Jungs hatten einen anderen Hintergedanken. Sie wollten gerne, dass die für mich arbeitet. Und ich hatte aber einen anderen Lebensplan. Ich wollte unbedingt eine Werbeangentur aufmachen. Das wusste ich damals schon, als ich 14, 15 war, dass ich irgendwann mal Schallplatten-Cover-Designer werden wollte, was ja auch sehr gut funktioniert hat. Und ich habe dann mit Heinz gesprochen, mit Heinz Domes, der ja mein Aufpasser sozusagen war auf St. Pauli, habe dem erzählt, dass ich das von den Jungs bekommen habe. Der hat sich schlapp gelacht. Ich fand das ein Riesengeschenk und habe aber gesagt, ich kann es nicht annehmen. Und da gab es nur einen Weg. Er hat sie praktisch zurückgenommen, den Jungs das erklärt. Und ich musste dann allerdings St. Pauli verlassen. Ich hatte dann noch ein halbes Jahr Zeit, um alle Schulden zu begleichen. Was für Schulden? Was nichts mit Geld zu tun hat, sondern mit Gefallen. Das heißt, jeden, den ich kannte, bin ich hingegangen, habe gesagt, ist noch was zwischen uns. Und da habe ich sechs Monate für gebraucht. Und dann habe ich 1978 St. Pauli verlassen und bin dann auch erst viele, viele Jahre später zurückgekehrt. Also nicht ganz erst heute. Aber was heißt das, wenn man auf St. Pauli sagt, du schuldest mir einen Gefallen oder ich tue dir einen Gefallen, das interessiert mich jetzt wirklich. Was genau ist das? Natürlich tut man sich gegenseitig oft Gefallen. Und das wird einfach, das macht man auf der Festplatte, speichert man das ab und irgendwann gehst du zu dem hin und sagst, du schuldest mir noch was. Du weißt, damals, jetzt machen wir gerade einen Bruch, kannst du Schleier-Schmiere stehen. Ach, tatsächlich. Ich wollte mich gerade sagen, irgendwas Illegales und irgendwas Verruchtes. Gib mal das Mikrofon. Also ich bin niemals vorbestraft. Ich stand nie vor Gericht. Ich habe wirklich böse Sachen gemacht, wo ich mich auch im Nachhinein so ein bisschen für schäme. Bin aber nie erwischt worden. Das heißt, ich habe eine völlig weiße Weste und ich hake das so ab als Jugendsünden.